So, jetzt sind wir aber jetzt wirklich mal zurück, ne? Ich wollte jetzt nicht normale Leute sagen, das haben wir ja schon in der Aufnahme und ich werde jetzt mal auf Beitreten klicken. Man denkt dran, kein Blackscreen verursachen. Da wird da so ganz schnell still. Was? Ich still? Wo? Weiß ich nicht, aber so. Nach dem 555. Versuch haben wir es endlich mal geschafft. Ne, ne, schau es beiseite. Das wäre dann schon zu hardcore, oder? Ja. Tür geht auf. Äh, hatten wir nicht vor, oder? So. Wir müssen jetzt da drüben hin. Genau, wenn sich das hier öffnet. Egal. Drei. Ein. Ich habe immer noch so eine scheiß Frame Rate. Oh. Egal. War es jetzt beabsichtigt? Es läuft halbwegs flüssig. Oh. Warnung. Haben wir irgendwas vergessen? Nö, wir können ja rein. Naja, rein da. Begeben sie sich in die Kammer. Pass auf, der Bonus ist dasselbe wie in der Haupt. Das wäre jetzt richtig arschig. Äh, Bonus weiß ich gar nicht, was es ist. Ja, was Positives. Ja. Oh. Ja, aber es ist ja noch die Vollprofis. Hm. Aber die Vollvollprofis. Mann, diese Ladebildschirm-Bugs, die gehen mir manchmal auf den Zeiger. Willkommen in der Zukunft. Seit euren letzten Tests mit mir sind 100.000 Jahre vergangen. Erinnert ihr euch noch an die Menschen? Es geht ihnen gut. Wir haben alle Rätsel gelöst. Ohne euch. Ähm. Tests haben jetzt nur noch eine rein künstlerische Bedeutung. Ist das dein Ernst, was du gemacht hast? Wir müssen unbedingt, dass ich euch meine neuesten Werke zeige. Hier in der Zukunft, wo alle Menschen noch leben. Ihr guckt doch mal. Das erste Werk nennt sich Türmen. Es zeigt, dass wir sinnlose Schienen sind, die nach einfachen Regeln handeln und Schmerzen zufügen, auch wenn es uns widerstrebt. Lasst euch aber nicht vom Subtext verwirren. Die wahre Botschaft lautet, sie schießen auf euch. Okay, auch gut zu wissen, dass der Bonus in der Zukunft ist. Was? Jetzt kannst du dort drüber rennen. Aber. Aha. Hallo. Ist das überhaupt ne Portalfläche? Geht's dir? Ideal, Schapen. Aha. So. Ne, 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 ne. Batman! So. Jetzt muss ich dir noch n Würfel irgendwie zukicken. Ja, wechseln Würfel. Du musst den dort irgendwie auffangen Guck hier Portal vielleicht so Da Und da Das ist doch scheiße Jetzt muss ich einmal komplett rüberduppen Ah, ich habe Dann nimm mal Oh Da, 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 da Da, da, da Guten Tag Ähm Ich glaube, du musst mir erst mal helfen Ich habe dort nämlich so ein paar Viecher Und es ist mir egal Er ist halt immer dort weg Also muss ich das Ding nehmen? Das schießt du mal vor dich, also Bitte mich jetzt nicht anlesern Äh, gehst du da mal? Ja, ey Ich kann dem schlecht ausweichen Fail Ähm Oh, es hat geklappt Wunderschön Rein da Rein da Genau Was gibt's denn da? Irgendwie Warte mal Ah, 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 ah Nee Hm Guck mal, da oben Ja, das habe ich gesehen Da Musst du erst mal wieder reinfinden So, das Ding fällt Dahin Und jetzt, äh Muss ich dir das Ich glaube, ich bin irgendwie Wo, wo ich noch nicht sein sollte, aber Hä? Das ist egal So, nochmal Ah, guck mal Die Kugel muss dort hinten hin Wie krieg ich die da hinten hin? Äh, rüber gehen Oder an sich irgendwie versuchen, mir zu geben Ich würde schon mal erfordern, dass du sie rüberballerst Näh, es klappt nicht Es geht ja nicht Äh, ja, ich habe einen Fehlgrad mitgekriegt Du musst mal die Ich habe einen gerade mitgekriegt Ich habe einen gerade mitgekriegt Da musst du die Fehlkraft von dem Ding nutzen Und es dadurch rüberballern Du kannst die Kugel wegwerfen Ich setze dort ein Portal Genau Jetzt drückst du Knopf hier Zoom 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 Ähm Wie die Buggy ist denn das für? Das hat nichts zu schauen Was? Was? Ah ne, du hast es jetzt wieder reaktiviert Ja, weil du gerade die nächste Kugel wieder runterfallen lassen schweißer warte kann ich mir übelst den spaß jetzt mitmachen oh ja hat sie wehe ich gehe durch ich gehe durch so du bist glaube ich zumindest nicht da guten dach das ja was was versuchst du um in meinem problem ist ich komme jetzt nicht dort rüber könnte zwar aber dann würde ich die kugel zerstören irgendwo eine freie fläche kunst schaffen heißt leiden und dieses leid teile ich jetzt mit euch so du musst es doch irgendwo theoretisch können wir uns da lang kicken hast wo ok das ist eine sache von schnelligkeit die kugel brauchen wir nicht mehr ok wer ist aber für dich genau und du musst jetzt nein 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 oh gott du musst ja schnelleres sein ich setze hier zwei portale ok so und jetzt wenn du den knopf gedrückt hast gleich muss er darüber gehen also ich muss das ding jetzt mittig setzen dann und dort eins setzen ist schon was drüben nö hä und noch warte ja drück auch habs auf einfach nur ein bisschen mitdenken das ist witzig das ist eine echt witzige idee guten tag Freut mich, dass es euch gefallen hat. Ihr habt euch ja Zeit gelassen. Nicht, dass wir es eilig hätten. Alles in Ordnung. Ich weiß, was die hier los ist. Naja. Hä? Die sind andersrum. Wenn das ist, ist die Verarsche. Geht ja gar nicht. Ey, nee, Mann. Was kannst du deiner Oma zu Weihnachten erzählen? Gar nicht, ey. Falsch. Ey, das ist zu abnormal, sag ich dir. Da könntest du drauf kacken gehen. Mordwörtlich. Ich hab mir noch meinen Controller von Need for Speed angeschlossen. Need for Speed most run it von 2012 kriegt ihr jetzt für 9,99 Euro bei MMOGA. Schleichwerbung vor der Win. Neun. Was? Neun. Neun Euro 99. Okay. Plus sieben Prozent, wenn du per PaySafe Card bezahlst. Sind doch mal so 60 Cent mehr. Ich glaube, ich hab aber noch so ungefähr... Das ist der Stampfer. Ein frühes, primitives Werk. Ich schäme mich fast ein wenig, aber es kann euch immerhin zerstampfen. Buh, das ist... Alter. Ich mein, das ist... Ich hab' gedacht, das Ding ertrückt mich jetzt einfach. Ähm... Wer jolot. Hallo Stampfer. Wir müssen gleichzeitig darüber. Durch Stampfer. Okay, du gehst vor. Also mir ist nichts passiert. Okay. Hier ist ein... Gerät. News. Ich webe Dings. Alter, du Arschloch. Ich will doch nur da dran. Oh. Oh. Mach die weg. Mach die weg. Mach die weg. 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 Ich will nur testen, ob du mit Dickst. So, und weiter. Wo kommt die hin? I don't know. Ich geh mal hier hinten gucken. Also da oben muss die hin, ne? Geht uns da. Mach doch hier. Au, au, au. Das könnte schwer werden. Also da. Also da ist eine ja. Und da. Mal kurz ein Portal löschen. Wenn du's so siehst. Hm. Okay, das ist so ausgelegt, dass... Das heißt, das muss hier hin? Da muss ich mein rotes... Nee, ein Stück höher. Ja, und das zweite? Wieso? Ich hab mein gelbes und mein rotes gesetzt, du Affe. Aber das zweite Ding, wie willst du das noch einmal machen, ist die Frage. Mach doch mal, das ist auf der Höhe, ne? Probier mal mal aus. Ich hab jetzt da rot. Probier nochmal. Okay, das ist der Aufzug. Welcher Aufzug? Der da. Ich guck, äh, ich würd' ja sagen, ich geh da mal hoch. Und guck, ob ich hier ne Portalfläche find. Los! Geh mich hoch! Bzzzzt. Ich guck mal. Äh. Ja, hier, ähm, kommen wir nicht weiter, aber da unten drinnen ist was. Danke. Fuck, ich wollt' dich anlasern. Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Wenn ich mein gelbes jetzt mal da hinsetze, mein blaues. Ne, du müsstest ja deine dann setzen. So wie... Ich glaub erstmal überhaupt rum, dort rüber zu gehen. Ich will da rüber. Gibt's da was besonderes? Naja. Ach, nochmal zur Wiederholung, gerne. Besonders, wenn du willst. Mach mal dein Ding hier weg. Was? Genau. Oh. Ist so ne Wand, aber... Ist die Portalfähig? Ja, wie würd' ich die rauskriegen? Gibt's da irgendwas Besonderes? Ja, ne Wand. Ne Lichtwand. Cool. Ich lösche mal meine Portale. Gibt's hinter dir nicht irgendwie ne Portalfläche oder so? Ne. Gibt nur die eine. Das ist jetzt scheiße. Das muss aber irgendwie gehen. Ich hab's im Gefühl. Hm. Man könnte doch... Wenn man den Laserstrahl da hinten hinleitet. Also da hinten. Man könnte den doch... Warte, warte. Aber da hin. Dann geht einer da hin. Ähm. Ja. Guck mal. Mach mal ein Portal da hin oder das andere da hin. Wie, wo, was? Noch. Damit hilfst du mir. Hä, wo denn? Sehr. Wo hast du gemeint? Dort. Dort. Genau. Da laserst du durch. Und dort. So. Jetzt haben wir eine Wand. Jetzt haben wir eine Wand. Ach, Handy hat nur vibriert. Wie, jetzt haben wir eine Wand? Muss jetzt hier die ganze Zeit dumm rumstehen? Ne. Ich kann das Ding aber nicht runterfallen lassen. Lass mal runter. Da war mein Handy mal wieder im Weg. Oh. Ja. Okay. Lass mal einen da hin. Und einen da hin. Also Portal. Das Ding richtig rum da rein tun. Ich hoffe, ich stehe mal richtig rum. So. Der ist da. So, dann ist da noch eins.